So liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild, äh Schwert, Entschuldigung, natürlich, mit dem wahrscheinlich großen Finale, wenn es mal um die Tür zu geht, so, ähm, ja, wir gehen heute rein ins, wie gesagt, vielleicht Großfinale jetzt, hier in Pokémon Schwert. So, wie gut sieht mein Team momentan aus? Natürlich nicht gut. Das heißt, wir müssen nochmal schnell zum Pokémon-Seite zurück, weil wir müssen als nächstes ins Energie-Berg-Berg. Wir haben jetzt alle Dynamics-Pokémon, Gott sei Dank, wieder normalisiert. Die ganze Situation ist wieder normalisiert, aber wir müssen noch im Energie-Berg-Berg was tun. Und das tun wir jetzt auch. Ich behalte mein Team sowieso nicht. Na, wie gesagt, das können wir jetzt wieder zurück. Gestern ist ausgefallen, weil, ja, die Zeit einfach fehlte zum Aufnehmen. Mein PC wollte noch ein Update machen und dann war es auf einmal zu spät. Deswegen, wie gesagt, gestrige Folge ist ausgefallen, aber heute geht es ja Gott sei Dank. Weiter. Los geht's. Mit Sonja. Huch, da bist du ja schon wieder. Ich brauche noch eine Sekunde, okay? Ja, was stimmt hier nicht, aber ich hab's sicher gleich. Bye, bye. Ratze. Äh, was? Die Tür wurde entriegelt? Ich wusste ja schon, Genie bis Woldi. Gut gemacht. Woldi? Woldi. Ist mein Clowns hinter drin? Wir müssen vorsichtig sein. Na gut, dann gehen wir den Jungs mal hinterher. Wir sind am Energiewerk, da wo wir schon mal waren, mit Andy Nalo. Das wer sich erinnert. Und da stehen sie schon. Die guten... Moment, das ist ja noch Schwertold. Das ist ja schwierig. Jetzt ist es der einzig gelungen, die Sache in den Stadion wieder in den Griff zu bekommen. Ach, die Tür verriegelt. Ich hätte ein Klirchen, das ist für dich da gewesen zu sein. Nichts anderes hätte ich von einem Champ erwartet. Los, Vanilla, kein. Etwas Begeisterung über diese ach so mutigen Taten, wenn ich bitten darf. Oh, wow. Super, gut gemacht. Toll. Wirst du mit der Mitte hin? Das ist ja total gruselig. Warum zweckt der Pokémon zur Maximierung? Der Grund dafür sind diese Amelmärchen, denen ihr Glauben schenkt. Aber wir werden alle... Wir werden all die wahre Natur von Zakian und Zahmerzenten offenbaren. Zakian und Zahmerzenten haben keiner von dem Untergang bewahrt. Leichtgläubige Narren. Seit ich denken kann, wurde uns stets als den direkten Abkömmlingen der Helden gehuldigt. Doch damit war es schlagartig vorbei, als ihr Unruhstifter Galafor Indinalos gerettet habt. Und dann musste diese Herr Professorin ja auch noch mit ihrem Buch den Senf dazugeben. Ja, ganz genau. Sie sollten sich schämen. Von einem auf den anderen Tag hat sich die Geschichte geändert. Plötzlich sollen diese Pokémon die Helden gewesen sein. Zu was würde uns das machen, hm? Wollt ihr damit sagen, dass unsere ehemaren Vorfahren nichts als Lügner waren? Ich sag tatsächlich, da fand der Könige Galas? In der Tat. So wahr es steht, und so möge es auch auf ewig bleiben. Die Geschichte in ihrer bisherigen Fassung war die Wahrheit. Aber die Wahrheit bedarf keiner Neuinterpretation. Sich lächerliche Geschichte über neue Helden aus den Fingern zu saugen. Das ist alles völliger Unsinn. Das stimmt nicht. Ich habe mit meinem Buch nicht gelogen. Ich bin davon fest überzeugt, dass Saki und Samazinta schon seit uralten Zeiten über die Galerregion wachen. Wenn dem so ist, machen wir doch die Probe aufs Exempel, um zu sehen, welche Version an die Geschichte die wahre ist. Sollte es sich bei diesen Kreaturen wirklich um die wahren Helden von Galer handeln, müssten sie eine geballte Ladung an Galerpartikeln doch in der Fassung tragen können, oder? Ah, aber klar doch. Jetzt dämmert es mir. Der ganze Zirkus mit den Dynamics Pokémon. Das waren Testläufe für das große Finale. Sag mal, habt ihr völlig den Verstand von euch? Ihr wollt die beiden allen Ernstes zum Auslasten bringen? Schön, dass wenigstens einer hier so eine grauen Zellen mit Zauberstoff verzorgt und mitdenkt. Nur kommt diese Erkenntnis leider ein klitzekleines bisschen zu spät. Mein Herz allerliebstes kleines Brüderchen trifft oben nämlich bereits die letzten Vorkehrungen, während wir hier heiße Luft produzieren. Das lassen wir nicht zu. Oh, ich bin heute mit dem Gedanken, den Lift auch umzunehmen. Genialer Plan. Ob es gibt noch ein Problem? Zuerst müssen wir an uns vorbei. Okay, machen wir es auch. Jetzt kannst du dich an den Pokémon ergützen, den ich eigens für diesen Kampf trainiert habe. So, versuchen wir es nochmal mit unseren Freunden. Gegen Schwertorl. Und der sitzt als erstes mit einem Laufzillot ein. So, Hockey, Knudler, ich hab dich doch ganz doll lieb, liebes Kleines. Laufzillot. Jetzt pusht sich nebenbei noch mit dem guten Schwertank. die Finale meinte ich immer als eine Folge, dass die Finale aufnahmen sehr wahrscheinlich zumindest. laufzillotisch mal down. So, und natürlich Level 72 Ogna, Level 66. So, Kaisurio. Da gehe ich mit Nurag rein. Und schiss. Keine Lapper Augen gehen. Take this. Und Laufzillotisch mit. Und schiss dich das. Du, falls ich winde schon mal wieder. Damit hast du dich gerade selber ausgeschossen. Weil als nächstes kommt du, Christ. So, wir pushen mal mit Flammburg trauen. Tschüss, Douglas. Und das höchste darf das letzte Texans bei dem sein. nicht ganz da ab. Ja, und damit dürfte das Thema erledigt sein. Warum hast du sie so so eilig so eilig? Das ist doch in Ruhe und so Spaß zu haben. Es gibt Dinge, die habe ich noch zu erledigen heute. Er sitzt tief lagert das ist ein na klar damit war es doch schon und 60 für glurak während der wird 70 für italien heraus springt meine noblen Pokémon verloren ich aber wie ist das nur möglich los wir haben die Meute vertrieben jetzt heißt es ab nur um jede Sekunde zählt was war das offenbar hatte mein Bruder ich in ausreichend Zeit um den Plan zu vollenden gehen wir ok der hat nichts weiter sonst auf nichts weiter zu sagen muh haha ich habe es vollbracht Bruder die Kreatur hat sich tatsächlich vom rostige Schild anlocken lassen dann muss ich hier noch eine ordentlich ladung an Galat Partikel verpassen wie wie konnten sie das tun sehen sie nicht wie schmerz das für zahmer center ist und alles nur schmerz 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 Diese Beste soll also euer edler Held sein. Jetzt zeigt sich, wer die wahren Könige der Gala-Region sind. Brüderchen. Ich bin nicht dein Ziel. Du sollst einen Zorn an der Stadt und ihren Einwohnern auslassen. Jetzt versuch verzweifelt, seine Kraft zum Zaum zu halten. Doch es will ihm nicht gelingen. Zama Center. Ich hatte gehofft, wir könnten endlich vorgehen wie bei den Dino-Ex-Pokémon. Jetzt haben wir es aber mit einem legitären Pokémon zu tun. Falls du vorerst es empfangen, würde ich davon abraten. Es gibt so ungehebten Zug, aber ich glaube, du bist der Einzige, der in dieser Situation gewachsen ist. Macht ja keine Sorgen, Kev. Ich kümmere mich darum, dass hier alle in Sicherheit sind. Konstantrier dich darauf, Zama Center zu besönstigen. Was, Kraft haben? Aha, und jetzt muss ich tatsächlich... Na gut. So, Mortinei, was wir raten, ich habe... Na gut, geht. Wackerer Schild, es pusht jetzt seine Verteidigungwerte. Okay, Knuller. Eisenschädel, natürlich viel Verschwächer, damit war es das, wenn man mal... Oh nein. Ah, es greift tatsächlich... Okay, jetzt behält noch so ein Kaffee. Eisenschädel. Okay, es macht natürlich genau das, was es eigentlich... So, die Frage ist, was kann man jetzt einsetzen, ne? Gut, da gehe ich mit Lura in die Luft, steht drauf. Komm, Lura, das packst du. Jawoll. Ah, ich bin Vertreffer, so hat sie gönnen. Ah, verdammt! Jetzt hätte es sonst einen Kaffee gehabt, wenn ich den sogar noch wegkriege. Gut, obwohl ich jetzt mit Intellion... Okay, es kommt jedenfalls Knotler. Aber es könnte jetzt reichen. Jawoll! Systeme Center. Habe ich weiß, ob ich es fangen kann? Zeit mal, Center, alles in Ordnung mit dir. Vorsicht, Stopp, pass auf! Zack, Jan? Danke, dass du mich gerettet hast, Zack, Jan. Ich habe so eine Kraft, immer noch nicht ganz kontrollieren zu können. Ich mache mir große Sorgen, um zwei Mal Center, äh, Kraft. Ich mache... Äh, ich muss auch weiter her. Oh, das gibt es jetzt auf der Stelle zurück. Das gehört zu einem Mal Center. Oh, weh. Hopp, holt sich den rostigen Schild zurück. Nein! Ich führe dich an. Verschworen, mein kleiner Bruder. Äh, warte. Zweck, Jan, starte ich an. Vielen Dank.